Hallöchen, willkommen zurück zu Temtem. Im Vergleich zur letzten Folge habe ich mein Team ein bisschen umgeändert. Wir haben jetzt das Hirodi und das Spriole dabei. Rausgeflogen sind Loali und... Ich weiß gar nicht, ob wir Saku überhaupt noch dabei hatten. Ah ja, irgendwer ist auf jeden Fall rausgeflogen. Warum ich die zwar mitgenommen habe, also die Werte sind schon nicht verkehrt. Und die schon gar nicht. So, wir gucken jetzt weiter. Bisschen gehen Norden. Und natürlich gehen Westen. Gucken wir mal, was uns hier noch so alles erwartet. Von den Leveln her, ein paar habe ich gemacht mit meinen alten Temtem. Aber jetzt auch nicht gravierend viel. Was ich versuchen werde zu machen... Oh, ist auch nicht gut, den Piranian da drin zu haben. Was ich versuchen werde, ist... Die Temtem, die wir hier antreffen, nicht unbedingt einfach umzuklatschen. Sondern... Sie zu fangen. In der letzten oder vorletzten Folge haben wir nämlich die... Die Bewegung für die Freiheit von Temtem gesehen. Und da bekommt man Belohnungen, wenn man Temtem freilässt. Und deswegen... Hoffentlich sind wir mit Hypnose hinten dran. Und deswegen macht es Sinn, möglichst viele Temtem zu fangen. Für den wöchentlichen Preis... Muss man auf jeden Fall 200 fucking Temtem fangen und wieder freilassen. Und das ist schon übel. Also ich habe jetzt... Jetzt habe ich so ein, zwei Stündchen offline gespielt. Nur Temtem gefangen, die wir schon hatten. Da bin ich auf ungefähr 100 gekommen. Also das zieht sich... Das zieht sich wirklich. Aber gucken wir uns erst mal, was der Doppelkampf bringt. Der hat einen Arm schon. Wer ist mit einer Temschlacht? Kampf, wer ist mit einer Temschlacht? Heutzutage heißt das Temtem-Kampf. Wie merkwürdig. Das sind doch gar keine richtigen Kämpfe. Das habe ich in der Zeitung gelesen. So nennt man das heute halt. Meine Teuerste. Man muss ja mit der Zeit gehen. Oh, die Omis. Aha. Also dann lasst uns modern sein. Und hoch die Temtem. Hehehe. Aber mit hoch die Temtem kommst du da auch nicht weit. Oh. Doppelscale-Power. Aber das juckt uns nicht sonderlich. Wir versuchen gleich mal das erste rauszunehmen. Das wird aber nicht funktionieren. Und wilde Klaue ist auch übel. Dann nehmen wir den Allergenschwal und nochmal. Oder sollen wir... Ja doch, wir nehmen die Wasserklinge. Wilde Klaue ist so übel. Und tschüss, Sidodi. Hält nix aus. Sollen wir Spriole reinmachen? Ja, komm. Das habe ich übrigens auch gefangen. Das heißt, wir müssen das nicht mehr entwickeln. Ja, wir machen das Scale raus. Und... Ach nee, komm. Wir machen mal den erniedrigenden Schlag. Das haben wir nämlich auch offline gelernt. Oh. 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 Das frisst 20 Ausdauer. Puh. Aber senkt die Verteidigung. Und macht Schaden. Das ist so geil. Wenn Piranian ein Level-Up bekommt, dann kriegt es meistens 3 oder 4 LP dazu. Noch ein Skunch. Ah. Ob das den Ersten schon mal aus den Socken haut? Oh. Haidouji? Au. Und wieder wach. Tja. Das hat nicht so heringehauen, wie ihr das wolltet. Ja. Sollen wir Piranha und auswechseln? Ja, komm. Wenig Mushik. Das bekommt nur halben Schaden von Normalattacken. Normalerweise sollten beide... Wenn beide dann wären. Normalerweise sollte das Skunch auf Mushik gehen. Jupp. Eingeschlafen-Immunität. Ah, ja. Ja, komm. Dann hau noch mal die scharfen Blätter raus. Und du... Ja, machen wir mal Energie-Malipulation. Auch wenn das nicht killen sollte... Oh. Vierfach. Okay. Dann. Eben so. Temtem-Tem los. Das heißt heute Temtem-Los. Oh. Hoch die Temtem oder Temtem-Los. Wir wurden besiegt. Danke für die Kohlen. Auch wenn ihr mein Team massakriert habt. Ja, komm. Wir nehmen Spriole und Mushik nach vorne. Gleich nochmal zwei. Ach, das ist die junge Generation von denen. Hm. Was meinst du, Asupa? Neidlich genug? Ich? Natürlich. Mehr Deinstielers, meiner Mädel. Schauen wir mal, wie du mit Temtem umgehen kannst. Oh. Die fliegen ja alle auf mich. Taifu und Lorali, beides Naturfiecher. Das ist auch seltsam. Wieso hat Mushik nicht volle Ausdauer? Und wieso ist Hypnose und Psi-Schub eigentlich aktiv zum Auswählen? Das funktioniert nicht. Darf mal gucken. Wenn wir jetzt 25 Ausdauer übrig haben, nach Energiemanipulation, dann würde das nochmal resettet. Also dann ist es einfach nur ein Anzeige-Bug, aber wir haben 36 Ausdauer. Schauen wir gleich mal. Ach, aber das bringt hier... Ach so. Moment, den haben wir ja gar nicht, oder? Ach, wir probieren es mal aus. Ja, wir haben noch 25. Na ja, das ist halbeffektiv. Und wir kriegen ganz normal aufs Mauer. Sollen wir mit Beta-Ausbruch Taifu ummatschen? Ja, komm, Hauptsache weg. Der Allergenswoll ist irrelevant. Wir nehmen mal Nagen, falls es nicht ausreichen sollte. Ah ja, gute Entscheidung. Und das reicht. Tschüss, Taifu. Puh, ein Barnapie. Puh, eigentlich müssen beide raus. Aber Ness... Ja, komm, dann nehmen wir Genki. Das zumindest Immun gegen beide Sachen. Also, was ist Immun? Das frisst nur einfachen Schaden. Nessler frisst Naturattacken. Das ist nicht ganz so cool. Ja, aber mal gucken, was wir machen können. Wir könnten erst auf das Barnapie gehen. Oh. Ich weiß nicht. Ja, komm. Wir nehmen hier den Kettenblitz. Und die Wasserklinge. Dann wird Nessler ein bisschen geheilt. Und hoffentlich stirbt Barnapie. Komm schon, Wasserklinge wird doch reichen, ha? Ja. Sehr schön. Genki nicht mehr verbrannt, aber dafür vergiftet. Oh, Mann. Das arme Viech. Er nimmt Schlagbaumaschine. Ja, komm, Wasser... Ähm. Doch nicht die Wasserklinge. Irgendwie halt eben das Tesla-Gefängnis. Und, bringt das was? Oh, fast die Hälfte HP. Oh, wei. Das stimmt nur, wenn ich das mache. Was ist mit dir? Nee, du hältst das aus. Kommst aber nicht mehr dazu. Naja. Ah, miss Genki. Oh, und zwei Viecher ganz knapp voll level up. Na, super. Hättest uns wenigstens dir geballen tun können, uns gewinnen zu lassen. Nee. Schönheit schützt vor Strafe nicht. Das hast du davon, wenn du Bendingern nachläufst, Mädel. Haha. Ah, das halbe Team zerstört. Ja, komm, lass uns einfach die Tempest in die Flasche zücken. Oh, Moment. Hier gibt's bestimmt noch irgendein Item. Ja. Dreimal Salbe Plus. Danke. Und du? Oh, willst kämpfen? Ich bin der Temtem-König von Nah-Omnesien. Und du wirst auch gleich herausfinden, warum. Oh. Oh. Na, zum Glück habe ich mich geheilt. Dean Drey. Der hat nur alles eine? 29. Ja gut, wir manipulieren ist. Ja. Hast du eine Giftattacke? Nee. Oh. Das ist nicht so cool. Eigentlich könnten wir dann nur mit Genki was machen. Ja. Nehmen den Genki. Ach stimmt. Jetzt habe ich ja nicht mehr den Bonus bekommen. Ja, komm. Hauen wir den Psy-Schub raus. Und... Gleich die Schlagbaumaschine? Ne. Doch. Wir nehmen die Schlagbaumaschine. Und kriegen erstmal ins Gesicht getreten. Doppelt. Na, danke. Reicht das? Ne, oder? Ah, ganz knapp nicht. Wenn du hast... Ja doch, Gleichstromstrahl ist schnell. Aber das passt. Ah, der König wurde entthront. Das war nicht mal spektakulärer Kampf. Thronräuber. Ja, ganz genau. Entthront. Und? Hinfort mit dir, Thronräuber. Wo ist mein Zepter? Erstmal hier nach oben. Die Kiste looten. Die Kiste looten. Und mal schauen, was du für eine Quest hast. Ara. Steh da nicht rum. Du stehst mir im Paar Sonnenlicht. Ich hab da eine Frage. Wenn es ein Porträt ist, dann nein. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Und Aktzeichnungen fertige ich auch keine an. Ach komm, ich wollte mich doch gerade ver... Äh, aber warte. Ein Mädchen namens Ariadne sucht einen Mentor. Ariadne? Das klingt ja nicht zianisch. Ist sie angehende Künstlerin? Sie ist ziemlich jung, aber talentiert. Ach, ich erinnere mich noch gut daran, als ich jünger war. Und wie schwer es war, meinen Durchbruch in der Kunstwelt zu erkämpfen. Es wird wohl Zeit, dass ich anderen Leuten helfe. Klar, ich werde sie unterweisen, wenn sie sich anstrengt. Sag ihr, dass sie mich in Kisiva treffen soll. Das ist mein nächstes Reiseziel. Ich werde dort eine Serie von Aripil-Panoramen anfertigen. Danke, die wird sich bestimmt freuen. Nein, danke dir. Was du da tust, ist wirklich nett. Ich wünschte, jemand hätte damals das gleiche für mich getan. Naja, aber du bist doch am Ziel angekommen. Du bist Künstlerin und das wolltest du. Wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn dir jemand geholfen hätte. Vielleicht wäre das total nach hinten losgegangen. Wie seh sie ja? Ach hier. Fräulein, wie seh sie ja? Es gibt heute keine Interviews. Nicht schon wieder. Wie ich bereits sagte, ich gebe keine Interviews bis... Warte. Wer bist du noch gleich? Ah ja, ich ernähre mich an dich. Von der Nahwahl, nicht wahr? Der Fan. Oh, ich bin geschmeichelt. Der lässt aber auch einfach eine Karte schreiben können, statt den ganzen langen Weg anzureisen. Aber... Also? Dieser Paparazzo sucht nach dir? Ja, komm, wir... Mit offenen Karten. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Er hält mir schon seit... Das Schwert von hoch oben auf den Fersen. Bettelt nach Interviews, macht unerlaubt Fotos. Das ist einfach furchtbar. Sittich hatte dir ein paar Pansons angeboten, um mich aufzuspüren. Und ein Bild von dir. Oh, wunderbar. Einfach wunderbar. Kannst du mir dabei helfen, ihn loszuwerden? Erzähl ihm einfach, dass ich... Ich weiß auch nicht... ...in den Tipanko-Hochlanden bin, um meine Extremsport-Szene zu drehen. Irgend so was Verrücktes. Hauptsache, er verschwindet. Meinem Idol helfe ich gerne. Oh, vielen Dank. Ich wusste, dass ich mich auf meine treuen Fans verlassen kann. Ihr seid so super. Herzchen. Hi. Sorry, kann nicht reden. Ich lese die neueste Version des Drehbuchs. Ich musste mir noch so viele Zeilen merken, bevor wir mit dem Drehen anfangen. Ach. Und schon bin ich wieder uninteressant. Kaum hat sie, was sie will. Schrecklich. Kann man hier irgendwas abgreifen? Naja. Völlig umsonst hier rumgeschlittert. Oh nein, nicht Hushik. Ich wollte hier doch gar nicht anquatschen. Hallo, Kamerafrau. Bist du der neue Beleuchter? Wir müssen uns echt mal übers Ausleuchten unterhalten. Auf dieser Insel sieht einfach alles viel zu rötlich aus. Wie ist es so, mit Visesia zu arbeiten? Oh Mann, das ist, als würde man das hoch oben mit den Fingerspitzen berühren. Okay. Pah, was denkst du? Es ist ein Job. Ich mache mir mehr Gedanken, dass das Bild nicht von der ganzen Vulkanasche zu ungenau wird. Ich mag Filme nicht mal wirklich. Die sehen für mich nur aus wie Arbeit. Und was filmt ihr? Sorry. Wir haben so viele Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben müssen. Ich könnte es dir verraten. Aber dann müsste ich dich von der Klippe schubsen. Okay. Ich wollte dich stören. Genieß die Pause. Diese Dialog ist zu lang. Wenn wir drei Seiten von dieser Szene kürzen, kommen wir schneller zu Action. Sie zerstören die Handlung des ganzen Films. Wie soll ich nur eine Geschichte erzählen, wenn sie jeden Tag das Drehbuch rumschreiben? Und du bist? Stuntfrau. Was ist mit der Letzten passiert? Ach, der Unf... Ich meine die Kletterszene im südlichen Tugma. Das war... Hey, willkommen im Team. Ähm, ja. Danke. Pst, ich muss diese Szene bis morgen fertig haben. Ja, ich halte schon die Klappe. Und du, kämpfst du? Ja. Hi, Akanesi. Glaubst du, dass du mir im Temtem-Kampf gewachsen bist? Ja, komm, wir fragen mal. Bist du Temtem-Bändigerin? Das ist genauso, als würde man jemanden beim Einkaufen fragen. Oh. Auch einkaufen? Was? Nur weil ich nicht erwachsen bin, bin ich keine richtige Bändigerin für dich? Ich zeig dir schon, was ich alles kann. Yo, hau raus. Gibt's mir so richtig. Die gibt's mir, glaube ich, jetzt wirklich so richtig. Wir kloppen gleich mit dem Beta-Ausbruch rein. Wir wechseln hier aus auf... Nessler. Wahrscheinlich kriegt Nessler eine Feuerattacke ab. Und dann kontern wir mit Wasser. Und dann kommt der Psy-Schub hinterher und hoffentlich killt die Wasserklinge. Wasser-Klinge killt auf jeden Fall. Easy peasy. Nessler. Alle Werte mindestens plus eins. Das sieht man gern. Aber wenigstens war es nicht ganz einfach, mich zu besiegen, oder? Ich war echt kein Schwächling. Na ja... Na ja... Geht so. Da wollen wir nicht runter. Oh ne, wir wollen aber auch nicht hier in diese Felder reinstiefeln. Dann kommen wir nämlich nicht mehr so zurück. Hey! Oh, was erwartet uns denn jetzt hier auf der westlichen Seite so? Der will kämpfen? Na, wir peppeln Hushik mal etwas auf. Ups. Das war das falsche Menü. Haben wir noch normale Salben? Hm... Sieht nicht so aus. Oh, wir müssen mal Salben einkaufen gehen. Uiuiui. Ist ja schon fast verschwendet hier die Salbe Plus. So, wer bist du? Wir teilen einen Atem. So weit auf den Hochweg sieht man nicht viele Fremde. Na ja. Außer denen. Wer sind denn die? Die... Die Wissenschaftler also. In Anführungszeichen Wissenschaftler. Ich bin selbst kein Mann der Wissenschaft, aber die sehen nun wirklich nicht so aus. Diese Frau. Ihr Verhalten. Diese Frau. Weißt du, wo sie ist? Das kam vor ein paar Tagen den gleichen Weg wie du. Ging nach Westen. Ich hatte weder Zeit noch Lust nach ihr zu suchen. Das verstehst du doch sicher. Ja. Verstehe ich, du argwöhnischer Fruchtpflücker. Nun, da ich jetzt schon eine Pause mache, warum schauen wir nicht mal, was deine Temtem so drauf haben? Ja, wenn du das unbedingt möchtest, dann stampfe ich dich auch gerne in Grund und Boden. Man muss mir ja nur Bescheid geben. Wir manipulieren... Ne, wir machen hier gleich einen Beta-Ausbruch. Und die scharfen Blätter auf Parag. Moment, dann machen wir das aber ein bisschen anders. Dann machen wir den Beta-Ausbruch hier drauf. Und die scharfen Blätter auch. Hauptsache schon mal ein Viech rausnehmen. Reicht das? Nope. Warum sollte das auch mal funktionieren, hm? Na gut. Dann manipulieren wir Taifu. Und nagen das Parag. Zwei Runden erhöht der Ausdauerkosten für dich. Und du gehst down. Oh, Allergenschwall. Na, nicht so effektiv. Ein Barnapi. Das kommt mir nicht sonderlich gelegen. Ah, was machen wir denn mit dem Zeug jetzt? Wechseln wir beide? Fuh, 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 fuh. Was haben wir denn eigentlich? Hm, wir haben noch ein Hidodi. Ja, komm. Barnapi müsste eigentlich die Feuerattacke auf das, was wir jetzt hier einwechseln machen. Dann nehmen wir Piraniat. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Hidodi müsste eine Pflanzenattacke abbekommen. Das heißt, beide Schäden müssten eigentlich halbiert werden. Ja, das hat schon mal so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Und das nicht wirklich so. Ei, 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 ei. Na gut. Dann gibt es einen Allergenschwall. Und die Wasserklinge. Barnapi muss raus und er ist zuerst dran. Oh, beide kriegen so einen halben Schaden. Alter, Nax. Oh, Taifu. Das war jetzt aber sehr selbstzerstörerisch. Beide Temtem im roten Bereich. Ein Piggy Pig? Mal gucken, ob wir da heil rauskommen. Taifu ist schon mal weg. Giftiger Abschied? Och, nö. Hidodi ist down. Mist. Ja, komm. Dann nehmen wir Hushik nochmal rein. Hat das jetzt über die paar Runden ein bisschen Ausdauer regeneriert? 29 haben wir wieder. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Vollstoff drauf. Hm. Ach, das braucht einfach nur mehr stamina, weil es schneller ist und weil es sofort verfügbar ist. Nö, komm, dann machen wir erstmal die Psi-Welle. Und nehmen... Ja, gut. Psi-Welle ist... Ja, den meisten Schaden machen wir hier mit. Auch wenn das immer so ein bisschen... Aussieht, dass wäre das nicht so viel Schaden, weil halt eben die Death noch runter geht. Psi-Welle ist... Riecht das? Ach, gerade so nicht. er kommt dann nehmen wir gern die mit rein gleich strom strahl hat eine priorität von 3 geng ist generell auch schnell dann dürfte das doch hinhauen ich will dass sich hushik entwickelt ja fruchtboy das hat nicht so ganz funktioniert oder was haben wir eigentlich nur noch was machen wir denn jetzt hier wir heilen die die wir haben eine salbe für dich und dann gucken wir mal ob das ausreicht gegen die entspannte flucht flucht frucht pflückerin hey wie läuft's mit der ernte es war ein gutes jahr aber gerade arbeiten wir in doppelschichten für den fall dass der wind sich bald dreht und die aschwolke nach omnesien zieht wohin wird die ganze asche jetzt nach tukmar so wie immer wir haben das glück dass die passat winde darüber ziehen sonst wäre all das grün das du hier siehst futsch und wir hätten ein ödland wie in tukmar naja so grün sieht es hier aber auch nicht aus warst du schon mal da es ist drohtlos ich habe dort mal einen cousin von mir besucht alle leben unter der erde und es ist eine tolle stadt aber an der oberfläche ist es echt übel unter der erde krass hey da du mich ja sowieso nicht arbeiten lässt wie erst mit einem temtem kampf oder bin ich mit dabei nur eines ein grandpa level 32 oder wie aber dann bin ich ja genau die richtigen gezückt normal 30 dann teslan und gleich stromen wir es mal weg hypoxie nix da oh das hat seine ganze ausdauer verbraten na gut dann war das ja deutlich einfacher als der kampf vorher nicht übel na dann schlaf gut aber wir müssen das hier so um ändern dann sind wir ja auch schon relativ am ende hey bist du auch zu besuch hier genießt du deinen urlaub woher kommt ihr denn ich komme aus uhuru du weißt schon in kisiver gleich da drüben sie ist die gebildete frau aus der großstadt weißt du ich bin nur ein schmutziger bauernjunge aus westliches kisiver ach komm schon liebling sag sowas nicht du bist ziemlich nett für einen bauernjungen das höchste lob ich danke euch meine damen immer wieder gern macht ihr urlaub irgendwie schon das sind unsere flitter wochen herzlichen glückwunsch das ist übrigens mein ehemann bwan balle freut mich dich kennenzulernen viel spaß noch danke dich dich auch okay die kommen wohl etwas von weiter weg aber das und sieht schon heiß aus ach das ist der baum den wir untersuchen sollen ja dann gucken wir doch gleich mal da stehen leute davor und da versteckt sich jemand das ist mit dir kaputt der carlos ach er warte salaro potterich was zu tun in der omnesien was du denn hier detektiv boy das ist vertraulich kumpel ich arbeite an einem fall wie du dir vorstellen kannst das versteckspiel mit den belastos betreibe ich ja nicht zum spaß was für eine unerwartete wendung im fall aber hey ich kann eine glückliche fügung gut gebrauchen ich schätze dir kann ich vertrauen immerhin hast du clan belastow zu hause aus der windgewandten festung vertrieben aber ich muss dich warnen das hier könnte knifflig werden bist du bereit für ein wenig action sind wir bereit für ein wenig action vielleicht im nächsten part tschau